So was. Toll, jetzt steht er natürlich noch einen Schritt weiter zu ihm. Ja, das war klar. Scheiße, ich hoffe nicht, dass der jetzt drauf geht. Oh Mann. Oh, ich glaube, da wurde bloß die Nahkampfattacke gesteigert. Glaube ich. Und das kann ich bei dem Typen ja dann erstmal noch verkraften. So, ich schütt mir erstmal wieder was zu. Trinken ein. Damit ich hier nicht verluste. So, ähm... Roach. Kann mal hier hinkommen. Ah, okay. Ist der schon mal. Wie, der kann auch angreifen? Was soll das? Oh Mann. Toll. Ey, das gibt's doch nicht. Kann man die hier nicht triggern. Oh nein. Direkt vor der Truhe. Was ist das für ein Scheiß? Hm. Ich glaube, die lassen wir weg, die Truhe. Gehen einfach mal schnellstmöglich hier hin. Auf schnellstem Wege. Ja, ich lass die, diese Truhe mitlassig ausnahmsweise weg. So, ähm... Fliegen, 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 Fliegen. Ach, ne, Lukas, guck mal da hin. Die Heat-Eggs, die Truhe haben. Ach, und da oben ist noch ein Death-Balloon. Oh, und jetzt hab ich Claude verloren. Ja, weil der Penner darf ja auch zehntausendmal angreifen. Und der andere kann natürlich auch böse zaubern. Und, ach man. So, jetzt kann ich auch zaubern. Aber das Gute ist... Ja, ja, komm, dann zauber du auch. Ach, alle wollen jetzt zaubern. Das Gute ist ja, dass, äh... Kollege Schnürschuh da oben jetzt seinen Mana ganz schön verbraucht hat. Ja, und... Ja, gut. Er hat noch ein bisschen was, aber der andere Kollege... Der richtig böse Typ, der, äh... Naja, also der hat jetzt erstmal... Nichts mehr. Vielleicht reicht das noch für einen Zauber, aber dann war's das auch. Insofern ist das vielleicht gar nicht so übel. So, komm, jetzt... Attacke hier. Oh, ein Punkt. Hilfe. Mann, ist der aber stark. So. So, jetzt machen wir den platt. Und tschüss. Oh. Was sind meine Leute so schwach? Gibt's doch nicht. Dies gibt's doch nicht. Toll. Die können sich gar nicht weiter bewegen. Und wenn jetzt dieses blöde Ding in der explodiert, dann hab ich echt ein großes Problemchen. So, komm. Ha. Jetzt machen wir den platt. Gut. Sehr gut sogar. Okay, jetzt muss er hier hinkommen. Nee, irgendwie doch nicht, wie's aussieht. Sehr interessant. Nein. Schiss muss missten. Aber jetzt können wir wenigstens an die Tor kommen. Oh. Oh, oh. Toll. Kackteil. Weißt du was? Ich glaub, ich greif das jetzt gleich an. Obwohl mit Dorn ist mir das ein bisschen sehr gefährlich. Die lass ich erst mal noch ein bisschen hier stehen. Natascha. Wie sieht das bei dir aus? Okay, dann schicken wir Natascha hier weiter. Und dann soll sie mal so eine Teile benutzen. Gut. Dann ist die wieder full of health. So, und dann soll der Anna einfach mal das Teile angreifen. Okay, explodieren tut's noch nicht. Das dürfte aber noch kommen. Dann mach ich das jetzt hier mit ihm kaputt. So, dann explodiert er jetzt wahrscheinlich. Oh. Na ja, gut. Dann heilen wir uns jetzt einmal. Immerhin hat das Erfahrung gegeben. So, du kommst immer hier unten. Dann machen wir den anderen gleich von weiter weg. Kaputt. Ach, der wurde ja da nicht getroffen. Haha. Gut. Gut. Dann heilen du mal die Mei. Die gute alte Mei. So, die kommen so ganz, ganz langsam an. Das ist gut. Das ist sogar verdammt gut. So, dann soll Mei können jetzt ihr letzten Herb hier benutzen. Okay, die bleiben da. Wunderbar. Wo ist alles frei, das ist gut. Und wir haben Gold gefunden. Toll. Der ganze Aufwand für ein bisschen Gold. Na super. So, dann können wir wieder Heen verfrachten. Die können wir nicht gleich heilen. So, dich lassen wir mal da. Du kannst auch gleich... dich selber noch mal heilen. So, dann machen wir das so. Du kommst auch hier unten hin. Greif mal das scheiß Ding da an. Na toll. Bescheuertes Mistdingen. Ähm... Kommt noch mal ein bisschen zurück. So, dann machen wir das nämlich jetzt hier von ganz weit weg aus. Naja, gut, doof, dass Randolph jetzt da unten steht, aber dann ist das so. Wir müssen den auch gleich nochmal heilen, aber jetzt sind wir dieses dämlichen Ballons wenigstens los. Das sind ja auch Mistteile da echt. Nervig. Sehr, sehr nervig. Oh, die kommen jetzt auch schon schneller ran. Okay, nur der eine Typ. Das ist gut. Das ist super gut. Du bleibst einfach mal da. So, Dawn. Die müssen wir jetzt erstmal heilen. So, und Braham. Den ziehen wir auch noch ein bisschen nach hinten. Okay. So, wir sind jetzt bei...